Freitag ihre Eltern mit Antenne Thüringen überrascht. Die waren seit 30 Jahren nicht mehr im Urlaub. Ein Wochenende hatten die Eltern Zeit, sich zu entscheiden, wo es hingeht. Na, gucken wir mal. Wenkes Wunschwochen. Antenne Thüringen. Jetzt haben wir sie beide dran. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also jetzt lasse ich mich nicht überfühlen. Ja, am Freitag hat man Ihnen ein bisschen angemerkt, dass Sie verunsichert waren, ob wir Sie jetzt veräppeln oder ob es tatsächlich wahr ist, ne? Ja, ich war auch viel vor den Kopf gestoßen, ja. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, der Familienrat hat am Wochenende getagt. Ja, ja, ja. Wo, liebe Conny, soll die Reise denn hingehen? Also wenn das nicht zu vermessen war, war ja immer der Wunsch die Ostsee und das ist auch so geblieben, ja. Und wohin konkret? Nach Warnemünde, genau. Meine Heimat, jetzt kann ich ja richtig meine Karten spielen lassen. Jetzt gibt es noch ein paar Details, die ich gerne erfragen würde. Soll es ein Hotel sein oder hätten Sie gerne so ein Apartment mit Frühstück, Halbpension, All-Inclusive? Was darf es denn sein? Ich wäre für All-Inclusive. All-Inclusive. Also ganz ehrlich, wenn ihr schon seit 30 Jahren nicht mehr zusammen im Urlaub wart, dann würde ich mir nichts aufheißen mit Selbstverpflegung, Tralala. Weil Wenke macht das Portemonnaie auf. So, das heißt also, wir suchen nach einem... Alles gut. Okay, mit All-Inclusive. Ja, genau, hau drauf. Und wissen Sie, was das Schönste ist, wenn man die Ostsee mit der kompletten Familie erleben kann? Ich habe mir über das Wochenende natürlich auch Gedanken gemacht, na, mit was werden Sie wohl um die Ecke kommen? Ich sage Ihnen, ich bin froh, dass es jetzt in Anführungszeichen nur die Ostsee geworden ist, weil da habe ich noch ein bisschen Budget offen. Ich habe vorher schon mal gefragt, jetzt machen wir das Portemonnaie richtig auf. Sie hätten übrigens auch Südsee sagen können, ne? Aber jetzt machen Sie es mir damit möglich. Liebe Conny, liebe Susanne, jetzt machen wir das Portemonnaie richtig auf. Wir machen ein Mehrgenerationen-Urlaub. Sie können alle zusammen fahren. Oh mein Gott. Juhu. Oh mein Gott. Susanne, mein... Also das ist ja mein Kind, ja. Ja. Ich falle um. Ich falle um. Das ist das Allerbeste. Ja. Danke, dass ich euch bei uns habe. Klasse. Danke, ihr seid der Wetterhammer. Das ist das Allerbeste. Jetzt erst mal Brülgungskaffee trinken. Liebe Grüße und Tränen trocknen. Oh, ihr seid so süß. Tausend Dank. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Okay, danke. Verraten Sie uns jetzt Ihren Wunsch auf antennethüringen.de.